Ich dachte, warum ich so einen Namen habe? Die kann ich gar nicht volllesen so schnell. Das ist schon so ein Mast, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Tenpenny und Pulaski sind relativamente benign. Unless, natürlich, du bist ein Mitglied von Officer Pendleberry, der sie schockt, als er sie verabschiedet hat. Aber du wisst all das, oder? Verdammt! Hey, Mann, wie du all diese Sachen wissen, Mann? Und du wirst es nicht? Du verstehst einfach, was du? Schau, es sind alle Wight-Nights und Heroes. Wir müssen die Entscheidungen machen, Mann. Ich versuche, dass ich schlechte Menschen auf andere schlechte Menschen und manchmal, ich lasse gute Leute sterben. Er ist dein Bruder. Aber für mich, er ist einfach ein Collateral. Es ist eine sehr delicte Entscheidung. Over hier, du hast all die scumbags in der Lande. Und hier, du hast all die scumbags outside der Lande. Und ich und meine Kollegen, wir sind auf der fucking Pivot. Keep die Regierung in Arbeit. Ich versuche, ich komme hier. Okay? Ich brauche dich über hier in der Bucke, okay? Okay? Wir haben ein Karteig, wir haben ein Karteig. Hey, holen! Was für mein Bruder und all diese Sachen? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ich mach den Kunden nicht. Der ist doch Scheiße. Fahr zu El Castillo del Diablo. Tue ich tun. FFF Injection. Gegen Zaun gefahren. Und los gehts. erst mal einen groben Überblick wo soll es denn hingehen da ok also links von der Küste entlang über den Huferdamm und dann geht es ja gut ja der Huferdamm, der ist ja vorn da ist ja bestimmt anders aber ist ja egal das ist der Huferdamm, ihr werdet es sehen wir fahren ja drüber können wir hier abkürzen, naja cool brauchen wir ein bisschen Schwung komm, zieh ja, bisschen Buggy, bisschen Buggy fährst du hoch so, Huferdamm, pass auf ist gut gemacht, ne ach so ein Punkt im Videospielen ist immer kritisch, nämlich das Wasser das Wasser sieht immer gleich aus egal ob es Meer ist, Fluss oder Teich das Wasser ist meistens immer eigentlich dieselbe Textur und wirkt deswegen oft unecht finde ich schade hier ist der Huferdamm da oben hier ist halt das Wasser hoch, da wird eingestaut ich glaube, da sieht man ja an der Krümmung und das soll eigentlich der Fluss sein wo es dann weiter läuft ne Huferdamm halt Schild Schirmandam das ist der Schirmandam ja der Huferdamm der Schirmandam so sieht es nämlich aus Mensch, muss er wissen oh, hier was hat er zu Rheno woher bist du? ein Miles weg kein Zeit für die Kunde wähle ein Fahrzeug grab die Herstellung die ich gefordert habe komm in der Dropzone und warte für das Paket schnappte die ausrüstung jetzt haben wir unseren flammenwerfer noch mal ich bin begeistert fahrt zum gipfel wir gipfeln zum gipfel da oben ist der gipfel bauen country falls ihr euch wundert warum das niveau was halt keine hautcreme ist immer weiter sinkt im kommentar weil ich langsam total ausgelaugt bin ja es ist ein bisschen grenzwertig ich habe gerade Zeit aufzunehmen deswegen nehmen wir auf ausrufezeichen ich habe Spaß am spiel lass mich wenn der war alles normal okay leuchtssignal der stellen die teile da auf ist doch völlig schwachsinnig hat da gleich leuchtssignal sitzen können und so so So, äh, hier, shoot'em down. Also, ein Laufschießen bringt ja nicht viel. Kann ich denn, der trifft. Oh, der trifft. Oh, der trifft. Bye. Oh, der trifft. Na, fast. Wohin trifft der? Ah. Okay, wir haben's dann langsam. Der hat getroffen. Black Hawk down, Black Hawk down. Was ist denn hier los, Ereikunde? Voll abgespaced, was ist denn das da hinten? Das gefällt mir nicht. Stirb. 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 Jetzt fall doch runter. Fall runter. Oh, 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 oh. Alles erwischt, alles erwischt, alles erwischt. Ah, nein, 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 das war klar. Das war klar. Das war ja so klar. Aber jetzt haben wir wenigstens Zeugs. Hier, Munition und so. Liedst du jetzt noch was machst'n? Ist ja die Frage. Der Schmuckehelikopter wohl mitgetroffen. Ich hab's natürlich wieder voll reingehalten, ne? Ach, ja, genau. Wo ist denn unser Moped? Jetzt kommt die angeschissen, ey. Ah, ha, ha, ha. Versetzt. Weg. Ach, runtergefallen. Hm. Tja. Oh, Mist. Okay, das war das eindeutige Signal, wir sollten laden. Ich wollte eigentlich nicht drunter springen, aber es war irgendwie komisch. Na gut. Fahr zur El Castillo del Diablo in der Wüste. Das kommt mir bekannt hoch. Der Wüste, ich liebe Raining Night. Schnell die Böschung hochplatzen. Golbenstabler auf dem Damm. Kein bisschen bescheuert. Und ich fall zwischendrin gar nicht auf. Komisch. So, ich will die Sanchez haben. Ja, ja, ja. Ja, ich bin doch schnell gefahren. Miles. Nimm das Fahrzeug und ich hab dir die Ausrüstung. Und ja, 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 ja. Komm schon. Du kennst doch auch. Ah, halt. Ähm, da. Flammenwerfer. Muss noch weg. Flammenwerfer weg. So. Gas. Gas. Da hoch müssen wir. Okay, dann da rechts hoch, ne, ja. Wir merken, wo wir das Moped hinstellen. Ach nee, das verschwindet ein. Nee, das verschwindet bestimmt nicht, wenn wir es hier abstellen. Und dann da reinlaufen. Oder? Das wird sich zeigen. Also noch steht es da. Das ist unser Fahrzeug. Wir kommen jetzt. Jesus. Willst du das stoppen? Doin' that? So. Feindlichen Helikopter abschießen. Die Zweiter. Ja. Shoot them down. Protect the cargo at all costs. Direkt wieder unseren eigenen Helikopter mit abschießen. Uah, ne, schnell weg, schnell weg. Uah. Ihr habt einen Klaps. Ne, ihr seid vielleicht bescheuert, ey. Das ist nicht los. Ja, nicht so nah dran, bitte. Nicht so nah dran, bitte. Aber Mist, das ist doch falsch. Das war falsch. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist hektisch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hatte Angst, gegen den Helikopter zu schießen. Okay. Helikopter, die haben wir. Ah, okay, 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 okay. Flieg erst mal vorbei. Ja, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Nein, 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 nein Sanchez steht noch? Sanchez steht noch. Okay. Sanchez brauchen wir, um es zu exportieren. Ein Easter Basin. Docks. Blablabla. Ein Camper. Bragging Bad. Original Bragging Bad. Willkommen in der Folge Bragging Bad. Das ist uns original. Der Jesse und der Walter. Ey, ich gehe kaputt. Und ihr müsst jetzt, oder? Wie geht das denn, ey? Es ist ja... Da fehlt nur die fünf Einschüßlöcher an der Tür. Ich gehe am Stock. Was ist denn das? Da oben. Was muss ich denn da wieder machen? Ah, hier unten. Achso, das... Ja. Hier sind der Jesse und der Walter. Ey, ich gehe am Stock. Das ist ja so unfassbar. Ey, ist das ein Easter Egg oder so? Das gibt's ja überhaupt nicht. Weißt du, die fahren hier gerade in der Wüste rum und kochen. Ich weiß es doch genau. Ich bin gerade in der Mission, wo so ein Schmuggel war und abgetretenen Scheiß geht. Ach komm, Quatsch. Hier abkürzen ist besser als davon. Ich bin gerade in der Wüste rum. Liefer die Schmuggel-Woche im Versteck ab. Bestimmt blaues Crystal. Well done. My ex is living in Texas. That's why my ex can't see. Musik Tausend Toll Ganz großes Kino Und meine Sanchez ist da drin Ich krieg ein Treffer Will dich haben Gib sie wieder her Los Du Lump Du Lump